Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unserer lustigen kleinen Filmrunde. Letzte Woche war ja ein wenig Pause, das hatte ich auch schon angekündigt. Wem es aufgefallen ist, ich habe auch meine Internetseite ein wenig frisiert. Das war aber eigentlich weniger der Grund, warum es letzte Woche keine Folge gab, sondern eher weil es nichts zu berichten gab. Diese Woche ist es ein wenig anders. Da habe ich drei Filme, einen fürs Kino und zwei zu Hause. Deswegen fangen wir an mit den Kinostarts am 27 Oktober, nämlich der KW 43 2016. Da beschert uns Marvel einen neuen Superhelden für ihr Filmuniversum, nämlich Dr. Strange. Der ist mir jetzt so als Nicht-Comic-Kenner nicht so bekannt, aber der Trailer lässt vermuten, dass es um einen Arzt geht, der einen Unfall hatte und dadurch halt schwer verletzt wird und halt nicht mehr richtig geheilt werden kann und da versucht halt alles Mögliche und landet am Ende bei so einer, weiß nicht, ob das eine Sekte ist, auf jeden Fall so einer Wunderheilerin. Und da lernt er dann halt quasi magische Kräfte zu benutzen. Wo der Film jetzt zeitlich eingeordnet ist, kann ich noch nicht sagen. Es gab ein Gerücht, dass Iron Man irgendwie auftaucht. Also muss es ja schon in der Zeit spielen, wo die letzten Avengers-Filme oder Captain America-Filme gespielt haben. Aber ansonsten wird man als Nicht-Marvel-Gucker, also bisheriger Nicht-Marvel-Gucker, hier wohl nicht ganz so große Probleme haben, in die Geschichte einzusteigen. Denn das zeigt ja eigentlich den Beginn einer neuen Figur und die Verknüpfung zu den anderen Filmen und Charakteren, die wird sich entweder erst gegen Ende oder überhaupt erst in den nächsten Filmen zeigen. Wie diese mystische Zauberkraft und das ganze Gemere drumherum da in das doch recht technische, bisher recht technische Marvel-Universum reinpasst, weiß ich noch nicht. Ich meine, wir haben zwar mit Thor quasi eine Gottheit, aber so jemanden, der einfach durch Hände bewegende Sachen umherzaubern kann, das gibt es so jetzt noch nicht. Aber wirkliche Bedenken habe ich da eigentlich nicht, denn Marvel hat das bisher eigentlich immer recht gut hinbekommen. Da gibt es ja auch noch die Guardians of the Galaxy, die gehören ja auch zu dem Film-Universum. Die haben ja auch noch keine Verbindung zu den Avengers gehabt. Das soll wohl auch im dritten Teil kommen. Die sind ja vom Typ her auch anders wie die anderen Avengers-Leute. Also ich denke mal, da wird es ein großes Sammelsurium geben, denn im nächsten großen Avengers-Film. Aber um den denn genießen zu können, wird man wohl auch Doctor Strange vorher gesehen haben müssen, weil ich denke mal, dass der auf jeden Fall da auftauchen wird dann. Und rein besetzungsmäßig hat man ja mit Benedict Cumberbatch jemanden gefunden, der in meinen Augen momentan mit zu den besten Darstellern gehört, die es zur Zeit gibt. Und deswegen bin ich auch überzeugt, dass Doctor Strange ein recht guter Film werden wird. Und ich denke mal, Ende nächster Woche werde ich ihn mir angucken. Also in der nächsten Folge werde ich noch nichts darüber sagen können, aber eine Woche später dann. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Blu-rays diese Woche. Da habe ich zum einen den Film Green Room. Bin ich eigentlich eher durch einen Trailer auf einer anderen Blu-ray gekommen. Und das auch nur, weil Mr. Picard Patrick Stewart auf einmal da mit Vollbart rumgelaufen ist und einen ziemlich düsteren Eindruck gemacht hat. Der spielt hier drin nämlich einen ziemlichen Bösewicht. Und das ist ja was, was er nicht wirklich oft bisher gespielt hat. Kurz zur Handlung. Es geht um eine Punkrockband, die so ein bisschen durchs Land tingelt. Nie Geld, wenn man auf der Suche nach einem neuen Auftritt. Und jetzt bekommen sie halt einen und da kriegen sie eine Adresse mitgeteilt. Es ist dann so ein Club bzw. so eine Bar, die mitten im Wald oder mitten im Möden irgendwo liegt. Und als sie da ankommen, dann merken sie schon, dass das Publikum da nicht unbedingt das Angenehmste ist. Also es handelt sich da hauptsächlich um so Skinheads, Nazi. Also Nazi-mäßig ist da alles ein bisschen aufgebaut. Halt viele Glatzköpfe. Und die machen dann halt ihren Auftritt und versuchen halt so schnell wie möglich aus der Nummer wieder rauszukommen. Nur blöderweise, wo sie ja Kram zusammenpacken und schon fast zur Tür raus sind, beobachtet einer mehr oder weniger einen Mord. Und das können die Glatzis nicht einfach so stehen lassen. Und deshalb wird die Gruppe halt dann festgehalten, in den Raum eingesperrt. Und man wartet dann auf den Anführer. Das ist halt Patrick Stewart. Und der versucht dann halt erst noch, die ein bisschen so in Sicherheit zu wiegen, zu beruhigen. So nach dem Motto, die Polizei ist schon unterwegs, es ist alles gar nicht so schlimm und es war ein Unfall, so nach dem Motto. Aber in Wirklichkeit will er halt die Zeugen loswerden und dann beginnt halt so ein richtig schönes Katz-und-Maus-Spiel auf engstem Raum. Das Ganze ist ziemlich düster, ziemlich böse, ziemlich brutal. Wobei er ist ab 18, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es geht schon etwas härter zur Sache. Gerade wenn dann auch Hunde zum Einsatz kommen und so. Also eine ziemlich spannende Geschichte und könnte man durchaus als Geheimtipp sehen. Und ist deshalb auch meine Blu-Ray der Woche, Green Room. Da kann der zweite Film, den ich habe, nicht ganz mithalten. Nämlich ist das The Witch. Eine Hexengeschichte, fast ohne Hexen, würde ich mal sagen. Das Ganze spielt in Amerika, irgendwo wann im 17. Jahrhundert. Und es ist eine Familie, die aus einem Dorf ausgestoßen wird, wegen irgendwelchen religiösen Äußerungen. Und die fangen ein neues Leben an in der Wildnis am Rande von einem Wald. Und eines Tages verschwindet dann plötzlich der neugeborene Sohn und die älteste Schwester wird halt verdächtigt, eine Hexe zu sein. Die anderen Geschwister, die forcieren das so ein bisschen und erzählen dann den Eltern, dass die älteste Schwester sich so ein bisschen hexenmäßig benommen hätte und so. Also die Wahrheit ist dann natürlich ein bisschen anders. Es gibt da in dem angrenzenden Wald wirklich eine Hexe, aber das ist nicht wirklich das, was so das Kuseln in der ganzen Geschichte bringt. Im Prinzip ist es eher ein Familiendrama mit ein paar gruseligen Einlagen. Also hexenmäßig geht es erst ganz zum Schluss zur Sache. Aber auch das eher harmlos, also so Schockeffekte, wie man sie bei solchen Filmen gerne mal hat, sucht man hier mehr oder weniger vergeblich. Auch sonst ist es, hat es eigentlich wenig von einem Horrorfilm. Das Ganze baut sich auch recht träge, will ich jetzt nicht sagen, auf, aber langsam schon. Es ist ein sehr ruhiger Film, der aber eine recht schöne Atmosphäre hat, also das Ganze drumherum. Es sieht gut aus, ist stimmig, auch gute Darsteller, da gibt es nichts zu meckern. Aber so uneingeschränkt empfehlen kann ich ihn nicht, denn wie gesagt, es ist halt wirklich, dem einen oder anderen könnte es das Ganze ein bisschen zu langatmig sein. Aber trotzdem, für mich kein wirklich schlechter Film. Ist nichts wirklich Neues, nichts Aufregendes, aber man kann sich durchaus mal angucken. Nur man sollte halt nicht wirklich viele Hexen erwarten. Also The Witch, meine zweite Blu-ray. Und damit soll es das für heute auch gewesen sein. Ich wünsche viel Spaß im Kino, zu Hause und bis zur nächsten Woche.